Tagesinfos zum 18.12.2011. Sonnpark, Sonnenaufgang, Stuttgart, 8.13 morgens. Sonnenuntergang, 4.29 Uhr abends. Tageslicht, 8 Stunden, 16 Minuten. Abnehmender Mond, 352. Tag, 50. Kalenderwoche. Königin Christina von Schweden. Svenska Dagbladet erscheint. Ägypten wird Protektorat. Historischer Sieg. Geburtstag Christina Aguilera. Todestag Konrad Suse. Kirchner Gedenktag Philipp von Ratzeburg. Namenstag Samantha. Wachstum wird beschleunigt. Bruch mit Tradition. Lebenslange Haft. Saab stirbt. Wort des Jahres 2009. Winter 2010. Kanzlerin in Masar-i-Scharif. Horrorschule. Wiederwahl in Weißrussland. Ermächtigungsgesetz. Klage sinnlos. Altkanzlerbus. Wort des Jahres 2010.